Ich hab was gehört. Haa! Boah, ich möchte ein bisschen in der Kampfsieg lauschen. Ja, ich kann das Spiel immer ein bisschen dazu zwingen, kurz ruhig zu sein. Ich will einfach nur ein bisschen der Kampfsieg zuhören, bis es so ist. Sie ist cool. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Das ist so eine typische Kampfsieg, da kann man recht lange zuhören. Seelenketten, okay. Die Seelenkette ist da eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsortverbrauchung, SK und eine niedrige SK macht die verwundbar. Okay, das heißt, ich darf nicht einfach durchspammen. SK kann nicht inaktivität, Abwehr oder Unmehrlauf und aufgefüllt werden. Palt es im Auge und lasse mich auf den Null fallen. Sprich, ein taktisches Element. Ich darf nicht einfach draufhämmern mit dem Bilder. Außer, ich kann's, dann mach ich's. Quasi nicht immer, aber immer, wenn ich kann. Gut, das haben wir auch rausgefunden, wenn so ein komisches Geräusch hören wird, sehr wahrscheinlich ein Hellion auftauchen. Und wir müssen uns einfach nur bereit machen, schnell die Entertast-Systeme, damit wir die Initiative kriegen. Das ist eine Küste. Aha, ich hab ihn gehört. Und zack, Initiative! Ich muss nicht abwehren. Doch, muss ich, okay, weil es Tutorial ist. Wäre mir der Letters da, ob ich Angriffe bekomme zu... Ja, was Abwehr ist, ist irgendwie logisch, dass man Schaden reduziert. Wird es irgendwo selbst erklärt, wenn man nicht abwehren wird. Das ist eine cooler Kampfart. Oh, ich hab fast kein SK mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich block einfach mal. Jetzt kann ich wieder angreifen. Ja, bereit? Gott, das wird zu cool, wenn wir... Wenn es wie ein normales Tailspiel ist, kämpfen wir wieder mit vier Leuten. Dann wird es ultra cool. Ja, dass, wenn meine KP auf Null sind, ich... ... quasi eine Niederlage erleide, ist auch irgendwo selbst erklärt. Äh, keine Kiste, aber ein Monolith. Kingen wir ab eh wieder. Ich kann die Angriffe fühlen. Wir sind nahe. Obwär... Wer hat der Feind an Aktionen ab? Oh. Oh. Okay. Was als Stand ist im Grunde, wenn ich geblockt werde, äh, verliere ich SK. Also... Blöd. Im Gegenzug, wenn ich... ...blocke, ... verliert der Gegner. Und sobald sie keine SK mehr haben... ...haha... ...kriegen sie mehr Schaden. Können wir eigentlich sowas schon wie typische Tales of Angriffe? Nein. Können wir nicht. Können wir mit Cleo irgendwas... Ja, mit Cleo kann natürlich alles. Mit Cleo hat die ganzen Arzt, wenn wir nicht mal die Gefängnis haben. So... So... Ich bin recht weit unten. Ich bin recht weit unten. Come on! Strike! It's over! We managed to escape for now. Ja... Ja... Das ist Custom, ist eigentlich ganz cool. Man weiß, dass im Tales of Spiel immer so ein AP-System genommen haben. Da gibt es immer normale Angriffe, die eine gewisse Anzahl von AP verbraucht haben. Und Kriegsarzt haben immer eine gewisse Anzahl von AP verbraucht. Das hat immer so ein bisschen Mana verbraucht. Und das war immer so eine schöne Kombination aus beidem. Ready, everyone? Yeah! Mach schnelle Schritte mit deiner Taste und Richtungstasten. Du kannst schnell nach vorn, hinten, links oder rechts treten. Wenn du dich dicht an einem Ziel kannst du schnell neben oder hinter das Ziel treten. Schnelle Schritte können als Teil deiner Kombo genutzt werden. Okay. Geht an! Geht an! Geht an! Geht an! Ich hab ne fairer Kombo. Ich will das hier nicht! Nicht hier! Gut gemacht! Ich will das hier! Was? Das ist jetzt vorbei! Was? Das ist jetzt hier? Ich lenke mich von vorne ab und Mikleo greife von hinten an, weil er die ganzen Arts hat. Und er hat mehr SK als ich. Du willst das hier nicht! Das ist jetzt vorbei! Was? Gitarre! Are you safe, Sarai? Er kriegt ne neues ART und ich krieg nur die Kenntnisse zum Titel. Was ist eigentlich irgendwas, wenn ich Tab drücke, äh, ne, das ist, ja, aber nur Caps Lock, nicht Tab. Ich krieg hier Stuff und weiß nicht mal, ob ich's auslösen muss. Momentan geht's. Das ist noch ne Küste. Mit Loot. Was ist das? Wow, was ist das? Ich nehme das. Wenn du dich zu schraubst mit ihm schraubst, dann kann ich es nicht mehr rauskommen. Ich gebe es zurück, wenn wir sicherlich zurückkommen. Äh, heheheheh, wenn du so sagst. Das ist so knapp, aber es ist noch so weit. Ich glaube, wir können gehen? Nur eine Art, um herauszufinden. Okay, vielleicht nicht. Hm. Hm. Ich glaube, das ist irgendein Statboost. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich verstehe, also das ist das Problem. Wer hätte gedacht, dass du hier in midair gehen könntest? Oder dass eine invisible Brücke hier sein würde. Ich denke, es könnte eine Person unterstützen? In jedem Gebiet gibt es Fundstätten, die an bemerkenswerten Orten sind. Wenn du weißt, dass ich in der Nähe einer Stätte befinde, die entstanden ist, dann schaust du dich am besten um. Und Speicherpunkten oder entdeckten Fundständen kannst du mit der Steuerungstaste links unten im Bildschirm aus. Das ist ein kleiner Skit, den wir jetzt genießen können. Viel Spaß! Diese Brücke ist unglaublich! Wie denkst du es gemacht? Ich denke, das ist außerhalb der Technologie der Menschheit. Also, die Brücke allein könnte aus der Ere des Gottes? Wahrscheinlich. Aber in irgendeiner Weise. Sie haben sicherlich unterstützt, ob von Seraphim, wie ich, oder von jemand anderen. Sie wirklich nicht wollen, dass jemand auf den anderen Seite gekommen ist. Der Weg nach vorne führt zu Elysia. Es steht für die Grund, dass sie tun, was sie können, um die Pure Land zu schützen. In der Vergangenheit, irgendwelche Pilgriffe, die in der Schreine kamen, wahrscheinlich glaubten, dass die Gap einfach nicht crossbar ist. Das gleiche, was wir hatten, bis nur ein paar Minuten vorhin. Aber gut, auf das zu holen. Deine Intuition ist immer sehr beeindruckend. Oh ja? Für ihre Rarität. Da geht's. Ich wusste, es war zu gut, dass es wahr ist. Ich rede erst mit dir. Ich rede erst mit dir. Ich rede erst mit dir. Es komme ich besser, bevor ich jetzt hier noch rumrenne und alles erkunde. Außer ich werde rausgeschmissen. Dann habe ich's natürlich jetzt verkackt. Das ist ein Mädchen. Erkenne ich an ihrer Kleidung. Sie hat weniger an als jedes andere. Also das automatische Mädchen. Mit einem Fantasy-Spiel. Vielleicht sollten wir das nachdenken. Hey! Ich bin... Ich bin in einer Bäume, und dann... Du möchtest? Nö. Das ist einwicnet an. Junge, das brauchst nicht toilets. Sie dürfen auch an, hätte es nicht ver Навpasinein Das wäre eben nicht so... Nö. Was war das? Ja, sie ist menschlich, alles klar. Ja. Das war der Menschentest? Ich bin glücklich, dass du okay bist. Ich bin sorry, dass du dich beschäftigt hast. Und du bist... Dein Name. Oh. Genau. Mein Name. Ich bin Saree. Saree? Ja, schön dich treffen. Gut gegründet. Ist es irgendwo, wo man hier auf der Karte sein könnte? Ich muss planen, um zurück zu der Karte zu kommen. Du bist aus der Stadt? Na gut. Um, hm. Warum nicht du zu kommen, wo ich leben? Saree, bist du nicht? Bist du sicher, dass das kein Problem sein könnte? Du wirst mich gar nicht kennen. Ich kann nicht einfach abandone jemanden in need. Das ist alles. Ich kann nicht sagen, dass du sie überhaupt nicht involuntierst. Ihr Name ist nur natürlich, dass du dich bewusst bist. Ich weiß nicht. Ob ihr Name im Hauptmenge steht? Bist du in der Party? Nein. Verdammt! Es ist nicht in der Party.